Ja und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Roblox. Wir sind heute in einem Wasserpark. Wir können natürlich ganz viel Zeug kaufen. Wir können hier auf Toilette gehen, gar keine Frage. Können wir auch machen. Oh, okay. Wir können Bikinis anziehen. Oh, okay. Wir können hier Bikinis anziehen. Oh, ja. Nein, du bist es nicht. Hier. Hier auf der Toilette, da können wir Bikinis anziehen. Oh, okay. Ich möchte kein Ding haben. Oh, ja. Okay. Ich habe ein schicke Bikini an. Was steht da? Oh, ich bin gerade anscheinend auf dem Dach. Komm runter. Alles klar. Warte, wo bist du da? Hier, komm. Hier, komm, 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 komm. Da ist ein Wasserrutsch auf dem Dach. Was ist das? Abbrechen. Kann man da reingehen? Hey. Wie geht das? Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Frag mich nicht. Muss man warten, bis da eine durchgerutscht ist oder sowas? Oder muss man? Was steht da? Komm runter. Ja, das funktioniert anscheinend so nicht. Na gut, dann klettern wir mal hoch. Achso, ich klettern falsche Seite hoch. Das war die schnelle Wasserrutsche. Alles klar. Was haben wir hier? Oh, Sauna. Auch eine. Ach, dafür braucht man, ah, dafür brauchst du Pässe. Dafür brauchst du verschiedene Pässe, deswegen. Okay. Ähm, welche können wir jetzt doch ausprobieren? Okay, hier kann man nach oben. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt hingehen. Oh, eine Slide-Rutsche. Wiii. Jo. Unten. Haha. Okay, da kann man statt auf dem Dach oder sowas rauf. Keine Ahnung. Hä? Ich stecke in der Treppe fest. In der Leiter. Ah ja. Jetzt kommen wir hoch. Supi. Hilfe. 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 Ich stecke. Ich stecke im Dach fest. Was soll das denn? Kletter da noch hoch. Okay. Mann. Weißt du was? Ich habe da gar keine Lust mehr zu. Wir gehen da hoch. Ach, das ist so. Ach, okay. Ich verstehe. Äh, wir nehmen. Klicke, um zu beginnen. Wie, Klicke, um zu beginnen? Okay. Aber ich klicke doch, um zu beginnen. Ah. Wo klickst du, um zu beginnen? Äh, ich habe keine Ahnung. Hallo? Ich stecke hier drinnen fest. Äh, hallo? Ich möchte raus. Ja, toll. Naja. Aber jetzt kann die mir klicken. Ah, doch jetzt. Wiii. Okay, die probieren wir jetzt halt immer noch hoch zu kommen. Wir probieren uns da jetzt nochmal wieder anzuschießen. So, jetzt kommen wir aber hoch. Hoffe ich. Ja, Wasserrutsche, Kontrolle. Wasserrutschen, Kontrollraum. Oh, okay. Da kommen wir irgendwie nach draußen, aber irgendwie geht das nicht. Ob du da für einen Pass brauchst oder sowas. Keine Ahnung. Hilfe. Ah. Oh. Wir sind Slipers. Cool. Na gut, dann probieren wir da hoch zu kommen. Ui. Ui. Das war nur noch eine sehr kurze Rutsche. Gut. Waren wir da schon? Ich glaube, ich habe gerade das Spiel gecrasht. Könntest du jetzt mal bitte hochgehen? Oh. Pappeler. Oder das kann ja mal passieren. Hui. Und die nächste Rutsche. Wow, die war richtig schnell. Okay, dann gehen wir mal da hoch und probieren das aus. Na, Emily hatte ihren freundfurchtlichen Tag hier gehabt. Haha. Dumm. 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 Gott, welche Rutsche nehme ich? Welche Rutsche nehme ich? Ich nehme die rote. Ich nehme die rote. Äh, ich nehme die weiß. Ne, weiß geht das scheinlich nicht. Nimm die blaue. Ui. Oh, alte. Oh. 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 Gottes Namen. Das war eine schnelle Rutsche. Das war eine sehr, sehr schnelle Rutsche. Okay. Äh, da hinten können wir noch hin. Da oben waren wir nämlich noch gar nicht. Da ist irgendwie, glaube ich, so eine... Wie nennt man sich das nochmal? Und da ist so eine Ringrutsche. Wui. Alles klar, das war eine Ringrutsche, aber man muss den Ring mit ihm. Oh, ist das laut. Okay, die haben wir jetzt alle durch. Wir könnten da hinten nochmal rauf, da können wir das Slide-Barfand nochmal fahren. Und draußen haben wir auch noch nichts ausprobiert. Ja, probiere ich gerade alles aus. Und die grüne brauchen wir noch. Die Ringrutsche. Wenn das eine Ringrutsche ist. Oh, hier ist ein Whirlpool. Ah, Entspannung. Aha, okay. Einmal mit der Slide-Barfand nochmal auffahren. Ah, dafür brauchen wir natürlich VIP-Zugang. Natürlich. Haben wir nicht, brauchen wir nicht. Kommen wir jetzt eigentlich da auf die Dachrutsche? Können wir die eigentlich mittlerweile fahren? Nö. Können wir nicht. Wie kommt man denn da auf die grüne Rutsche rauf? 500 Euro. Ja, nee, ist klar. Wie kommt man denn auf die grüne Rutsche rauf? Oder ist das die grüne Rutsche da, wo wir vorhin vorstanden? Ist das die grüne Rutsche? Avatar-Shop. Ah, ja. Das Café. Okay. Oh Gott, was ist das denn? Achterbahn-Spark. Okay. Jet-Ski. Ah, da kann man Jet-Skis kaufen. Ah, da sind Rutschen. Da ist auch ein Rutschen. Wasser-Rutsche, Wasser-Rutsche, Wasser-Rutsche. Yeah. Ja, das ist ein bisschen übertrieben. Hier haben wir die ganze Pässe, wa? Ja. Oh, die Blaue sieht auch interessant aus. Oh, welche nehme ich jetzt? Keine Ahnung. Huiii, ich nehme die Blaue. Geil. Uuuuuh. Huiii. Uuuuuh. Ich bin Bayblade. Ich bin in einem großen Waschbecken gefallen. Ja, ich auch. Ich bin Bayblade. Ich komme hier nicht mehr raus. So fühle ich mich auch gerade. Juhu. Ich bin draußen. Ich bin noch nicht. Jet-Ski. Oh, ha, diese riesige Blaue. Gottes Namen. Ja, wir gucken jetzt mal, was sie bunten an. Oh, nö, echt jetzt? Ja, 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 echt jetzt? Geh jetzt durch, Mann. Oh, Mann. So, jetzt. Huiii. Na, hast du denn Spaß? Ja. Ich glaube, ich nehme die Route. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Jaaaaaa. Oh Gott. Wie rollt ihr? Okay, ich wurde rausgescheulert. Ah, okay. Also die Route war schon ganz nice. Die sind eher normal da, aber die probieren wir natürlich auch aus. Adventure Denton. Wenn das volle Vergnügen. Dum, dum, dum. Ne, geht doch da hoch. Welche soll ich nehmen? Ach, hier kann man Grennen machen. Cool. Na, geh rein rein. Huiii. Okay, dann haben wir jetzt noch einmal hier die große blaue. Ah, okay. Da kann man sich reinsetzen, warum auch immer. Keine Ahnung. Okay, einmal noch die blaue. Oh, wow. Mensch, die war ja richtig interessant. Ist dein Gang hinter? Und jetzt nochmal die große blaue. Oh, oh, ich bin... Ja. Oh Gott, die ist ja richtig steil. Da krieg ich mir ja Angst bei. Ob man die wo rutschen kann. Weil es da ja auch sind. Nein, natürlich kann man die rutschen, nicht rutschen. Schade. Ich spring einfach mal runter. Okay, das waren tatsächlich alle rutschen. Wir haben alle rutschen gerutscht. Ich noch nicht. Alle rutschen gerutscht, die es zu rutschen gibt. Natürlich haben wir jetzt nicht alle. Nicht immer blau, gelb, grün und sowas. Haben wir natürlich immer nicht gemacht. Aber alle rutschen, die frei sind, haben wir jetzt tatsächlich getestet. Super. Hier fallen immer Leute runter. Alter. Der Rutsche wäre mal dumm. Boah. Ich schöne Base. Ja, dann muss man ja erst mal gucken, dass man... Wo ist denn Jeterlein? Ich bin gerade oben bei der Grußrutsche. Pui. Auf welcher? Ich bin gerade hier bei einem runden Kreisel im Pool. Daneben bin ich. Wie bist du da hingekommen? Ist du der? Da kommt man gar nicht hin. Da kommt man gar nicht hin. Also zumindest nicht, dass ich das schon rausgefunden hätte. Alles klar. Ja, gelb und blau können wir da nicht benutzen. Wo die grüne oder gelbe da hinten rauskommt, habe ich auch keine Ahnung. Ja, die gelbe ist oben, die IP. Ja, die gäbe ja, das ist alles wie IP. Aber hier sehen alle so gleich aus. Ja. Aber leider kann man die ja nicht benutzen. Viele kleine Jeters. Ja, das kriegst du ja nun mal alles Geld, ne? Ja. Also, das ist tatsächlich nur... Ich glaube, wir haben alles durch. Ich glaube, das war's. Wie üblich, Mieser versucht sich durchzubacken. Ja. Nita, schafft das denn irgendwann? Sich durchzubacken? Ja, ich bin sehr penetrant. Ui. Hey, Mieser. Na? Nein. Das war doof ein Gedanke. Ja, ich geh lieber von der anderen Seite ran. Nein. Das ist eine. Noch eine mit den doofen Gedanken. Du, 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 du. Jeter, warte auf mich. Der Kühe wird zusammenrutschen. No. Und los. Hui. Jumplatt. Ich weiß aber, dass die Rutsche rauskommt. Die hatte ich noch nicht. Ich sehe nichts. Die gelbe ist, glaube ich, hier oben. Hier. Welche? Wo? Da die gelbe. Ja. Ich glaube, dass die hierher kommt. Ich habe keine Ahnung. Da bin ich doch schon rufen. Doch, das ist die. Da bin ich aber schon runtergerutscht. Hui. Iii. Warte, ich bin bloß nicht mehr auf dem Plan. Sorry. Sorry, sorry, sorry. Ja, das war es eigentlich. Würde ich sagen, oder? Ich bin bloß nicht mehr auf dem Plan. Wo ist das denn? Wie bist du denn? Ah, okay. Drei, zwei, eins. Hä? Was machst du denn? Oh Mann. Oh. Ah, dann machen wir jetzt mal einen chilligen. Sie hat ihren Spaß. Ich gehe in der Zwischenzeit auf die Liga und beobachte das wedelte Treiben um mich herum. Jeta, komm mal mit zu diesen blauen und gelben Dingern hier. Blauen und gelben Dingern hier? Welche? Ja. Wo? Die hinten in der Ecke. Hinten in der Ecke. Du meinst, aber das sind doch Wirbteile. Oder wo bist du denn? Achso, die meinst du. Ah, okay. Ich weiß, welche du meinst. Ich komme. Ich bin auf dem Weg. Warte. Warte. Dum, dum, dum. Wie kommt man da denn hoch? Da. Okay. So. Ich komme. Jeder nimmt sich ein Teil. Ja. Wui. Jo. Ha, 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 ha. Haben wir gut gemacht. Sehr, sehr schön. Okay, wir spielen jetzt, wer länger unten sitzenbleiben kann. Komm, da hinten sind ja noch mehr. Komm mit. Hinten, wo man diesen Whip hat, da unter kann man ja auch noch lang gehen, dass man hier hinten aus der Wand rauskommt. Wo bist du? Da kann man ja auch noch Rennen machen. Oh, sie steckt, glaube ich, ein bisschen fester. Leichte Probleme. Oh, sie hat gerade mal gestorben. Oh, schön. Die hier? Gut. Ah, nein! Hilfe! Wui! Gottes Sonn! Ah, eine Spannungspause. Nett. So lieben, dann würde ich sagen, was ist erstmal für diese Folge? Weiter hinaus zögern können wir es nicht. Müssen wir auch, glaube ich, gar nicht. Alles klar, Leute. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschaui!